Hey Schoschleute, willkommen zu euch zum Schosch, zum Sonntag. Heute an einem Sonntag, wo ich eigentlich nicht so viel Zeit habe, weil ich muss gleich noch bald los, so ein paar Stunden und dann Geburtstag von meinem Vater mitfeiern und deswegen gab es gestern und heute auch keinen Stream, weil es gab ein bisschen mal was anderes zu tun und da musste ich dann leider auch mal da sein. Von daher, dieses Wochenende gar nichts an Streamen, was scheiße ist, weil da ist irgendwie so die Mainstream-Zeit, wo Leute Zeit haben zum Stream gucken, aber nächste Woche wird sich wieder ändern, versprochen, da gibt es wieder mehr Streams, ich mache auch morgen wieder weiter, anstatt weil ich sonst immer Montag rauslasse, weil Montage scheiße sind, aber das werden wir schon hinkriegen, wir werden uns da jetzt was einfallen lassen und dann da wieder mehr streamen und wieder häufiger, regelmäßiger vor allem. Und was viel wichtiger ist, nämlich bezüglich Patreon, nämlich dank den Dudes hier, ne, ich weiß, ich mache das hier, ne, you know, der monatliche 12-Stunden-Stream, ne, kommt noch. Aber das Problem ist, ich habe noch keine Idee, was, ich müsste das jetzt zum nächsten Wochenende hin machen, also zu jetzt Samstag, weil alles andere wäre schwer, schwer, oder vielleicht ein Sonntag, könnte ich, ne, könnte ich auch nicht, das funktioniert auch nicht, weil folgendes, es ist immer noch diese Sache, dass ich so dieses eine Overwatch-Turnier casten soll und das ist jetzt Ende diesen Monats. Das Problem ist, äh, ja, das ist jetzt übernächstes Wochenende, also nicht das, was jetzt kommt, sondern was darauf ist. Sprich, und darauf denn das Wochenende bin ich gar nicht da, deswegen, das ist nochmal was anderes, da kann ich ja so auch nicht. Deswegen müsste ich eigentlich jetzt das kommende Wochenende, diesen 12-Stunden-Stream machen. Ich habe aber noch keine Ahnung, was ich für ein Thema machen soll oder wie oder was oder wieso, weshalb, warum. Äh, von daher, ich hoffe, dass ich mir da jetzt noch was einfallen lassen kann, was mir einfällt irgendwie. Ich hoffe, da finde ich noch was, was tatsächlich irgendwo passt, was tatsächlich cool wäre. Äh, ja, es soll jetzt Samstag sein. Ich kann aber noch nichts Genaues dazu sagen. Das ist mir nämlich jetzt gestern mal so eingefallen, so, shit, der März ist ja, das ist ja ein beschissener Monat, was ist das? Da ist ja voller Termine, was die Wochenenden angeht. Komischerweise ist immer so, solche Sachen immer am Wochenende. Warum muss das sein? Können wir das nicht mal sozial anerkennen? Das wäre cool. Denn, was ich noch sagen will, äh, auf La Ketschot, dem, äh, Gruppenkanal von LH und mir, gibt's, äh, findet ihr übrigens da unten, wenn ich's nicht vergesse mal wieder, äh, gibt's, äh, demnächst bald neuen Content, nämlich mal wieder ein bisschen, dann und wann mal tatsächlich Content. Man soll's kaum glauben. Äh, aber da ich aktuell noch die Zeit hab, das zu machen, mach ich aktuell auch, äh, da noch einiges mit, was das angeht. Und, äh, generell wird auch demnächst ein bisschen mehr Content kommen. Deswegen, äh, schaut mal vorbei, findet ihr unten in der Besleibung. Äh, ist eigentlich Pax in die Ending-Card, was ich nicht glaube, dass ich das machen lässt, weil YouTube da sich immer wie eine riesige Kunt verhält. Das ist immer, äh, YouTube und seine Ending-Cards ist jedes Mal, it's a struggle. Es funktioniert, aber es ist ein Struggle, ich sag's euch. Auf jeden Fall, ähm, ja, eigentlich könnte ich's jetzt hierbei schon lassen, weil ich hab wirklich null Ahnung, was hier sonst... Ich lade euch heute noch, äh, den Stream von City Skylines hoch, höchstwahrscheinlich der. Und, äh, ja, und dann nächste Woche wieder mehr Streams. Ich werd zusehen, dass ich mir was einfallen lasse bezüglich dem, äh, 12-Stunden-Stream. Gerade, weil das mit Patreon aktuell so abnormal boomt, wo ich nicht, äh, verstehen kann, woher es kommt. Aber vielen, vielen Dank euch auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung, muss ich nochmal ganz nebenbei sagen. Weil, das ist aktuell auf Patreon ein komplett neues High. Also ein komplett neues, äh, ein komplett neues Hoch, was wir erreicht haben. Von daher, vielen, vielen Dank euch, dass ihr da mich so unterstützt, was das Ganze angeht. Dann, so High Five, ich hoffe, ihr haut jetzt nicht euren Bildschirm oder sowas. Äh, das war's aber dann soweit von heute. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und, äh, wir sehen uns dann morgen im Stream. Bis dahin, ciao, Leute. Bye. Bis zum nächsten Mal. Se bodies waren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.